Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute bin ich mit den Bierbarern wieder unterwegs und zwar in Niederwürzbach. Wir gehen da den Niederwürzbacher Osten. Diese Tour ist etwa 20 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Ich habe noch eine schöne Schilderung auf den Kuchen gehen. Aber ich habe schon immer noch ein Schilderung. Ich habe noch ein Schilderung mit etwas Schilderung. Ich habe noch ein Schilderung auf den Kuchen geöffnet. Ich habe den Kuh geholfen, aber ich habe den Kuh geholfen. Tja, was soll ich sagen, Sarah ist nicht dabei und es ist nicht das beste Wanderwetter. Schade, Zeit, dass sie wieder mitgehen kann. Jetzt gibt es eine Trans, ausgezaubert. Ah, ich wollte mal fragen, ob du angezaubert bist. Nein, ich bin der Vater. Das haben sie gehört, ich drehe mal rum. Tina, hallo. Und, ich stehe aber noch in der Kopf. Ich stehe noch in der Kopf, muss ich noch rüber gehen, so besser. Und eine Nachricht an. Momentan ist es krummig. Bist du nicht dabei? Ja, ich bleibst gerade schuld. Okay. Das Regen macht die Wanderung Spaß, denn wenn die Bierbacher mit dabei sind, kann es noch so viel regnen. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß mit denen. Daumen hoch. Es sind es noch etwa einen Kilometer, dann sind wir am Auto. Trotz Regen hat uns die Tour Spaß gemacht. Vor allem, weil wir uns wieder gesehen haben. Denn dieses Jahr wird das wohl nichts mehr. Also für das Jahr 2019. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Hallo und guten Morgen, Wanderfreunde. Hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir, wie er heißt, die Bierebaba- Auto! Trotz Regen macht die Wanderung Spaß. Trotz dem Regen macht uns die Wanderung Spaß. Ich bin ja auch mit guten Begleitern unterwegs. Mit denen gehe ich...